Hi! Na? Ja! Ähm, es geht ein bisschen, also ich weiß nicht, ich hab das Video schon mal auf Twitter geteilt, das hab's mir auch schon mal angeguckt, deswegen kann ich da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Es geht um ein Subreddit, wo nicht so schöne Sachen passieren. Ich weiß nicht, wer das Video schon gesehen hat und da wollen wir uns mal vielleicht noch damit befassen, wegen, was da eigentlich gemacht wird. Dann würde ich sagen, fangen wir hier mit an. Alright. Ihr habt's. Perfekt. Willkommen zu einem neuen Video und einem sehr schwierigen Thema für mich. So schwierig, dass ich mir für dieses Video die Unterstützung von vier großartigen Meinungsbloggern geholt habe und noch zusätzlich einer Hektivistin. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und über ein Abo natürlich auch und vor allem, wenn ihr dieses für mich sehr, sehr wichtige Thema anderen Leuten teilt und vielleicht auch gerade Leuten zeigt, die eventuell auch mal YouTuber oder Streamer werden wollen. Warum? Das erfährst du gleich. Fun Fact dazu. Nella hat tatsächlich auch angeboten, mit mir einen Podcast noch zu machen. Wir hatten einfach nur noch keine Zeit dazu. Das heißt, ich habe einfach noch keinen Termin mit ihr gefunden, aber eventuell kann ich da mal mit ihr noch drüber reden, weil sie ja da auch deutlich mehr noch drin ist in dem ganzen Thema und weil sie halt OS, was das angeht, ist sie einfach begnadet gut. Das ist insane, ja. Das vielleicht dazu. Dann schleppe ich dieses Thema mit mir rum und es triggert mich einfach immer wieder aufs Neue. Vor allem triggert es mich, da es immer wieder Menschen gibt, die das ganze Thema abtun oder es eben runterreden. Das sind übrigens meistens die Menschen, die davon überhaupt nicht betroffen sind. Für die Betroffenen ist es aber definitiv meistens umso krasser und schmerzhafter, gerade wenn sie das erste Mal damit konfrontiert werden. Wie ihr wahrscheinlich diesem Tweet gerade entnehmen konntet, handelt es sich um die Plattform Reddit, die ihren Usern gefühlt überhaupt keine Grenzen setzt. Denn in einigen Reddit-Foren wird beispielsweise über mich gesprochen, was man gerne sexuell alles mit mir anstellen würde und andere mehr als ekelhafte Dinge. Aber neben denen kommt... Und das ist übrigens nicht wirklich was Neues in dem Sinne, aber es wird halt einfach nichts dagegen gemacht. Es ist halt ein so langes Problem schon, dass insgesamt einfach Fotos oder Inhalte aus dem Zusammenhang gerisst werden. Und ich meine, in manchen Fällen ist es lustig, ja. In manchen Fällen kann man einfach sagen, hey, hey, schau mal hier, was er da gesagt hat. Das kann man super gut aneinander rein. Es ist nicht verboten, darüber zu diskutieren, wie man andere findet. Aber wenn du Gedanken äußerst, die andere verletzen, dann finde ich das schwierig. Also sie hat es sehr, sehr harmlos dargestellt, erst mal noch. Ich finde, das ist ein riesiges Problem, um das nochmal kurz zusammenzufassen, dass Sachen manchmal aus dem Kontext gerissen werden und dann einfach geteilt werden. Und dann schreiben andere unten drunter, was da eigentlich in ihren Köpfen vorgeht, völlig ungefiltert, weil sie sich halt quasi hinter diesem Deckmantel Anonymität im Internet verstecken, was sie halt einfach nicht mehr sind. Und das Problem ist, dass wir irgendwie, glaube ich, komplett den Bezug zu der anderen Person verloren haben. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Ich glaube, deswegen passieren solche Sachen auch. Ich hatte jetzt auch gerade unter dem, unter ein paar Shorts, weirde Kommentare. Ich kann das nicht mal ansatzweise nachvollziehen, ja. Das muss man dazu sagen. Ich als Mann bin davon einfach weniger betroffen, was ehrlich gesagt, ich bin dankbar darum. Aber ich würde mir wünschen, dass halt niemand davon betroffen wäre. Aber genau, ich hatte da auch weirde Kommentare drunter, wo ich mir denke, okay, ihr überlegt offenbar nicht, was ihr schreibt, bevor ihr, also der Kommentator da, nicht jetzt auf euch bezogen, derjenige hat einfach nicht drüber nachgedacht, was er geschrieben hat, bevor er es abgesendet hat. Manche Sachen einfach pure Falschinformationen, manche Sachen würde ich behaupten einfach von einem Bot. und manche Sachen einfach, was man gerne mit anderen Menschen anstellen würde, was aber offenbar strafbar ist. Also wenn man diese Aktionen auslebt, dann wäre sie eindeutig strafbar. Und so war es ja hier bei ihr auch eigentlich. Oder man hatte noch nie einen Bezug zu einer bekannten Person im Internet. Aber das bezieht sich ja nicht mehr nur auf bekannte Personen im Internet. Schau mal, wenn zum Beispiel jetzt einfach irgendjemand auf TikTok ein Video hochlädt und plötzlich geht dieses TikTok zu tausend Leuten. Das ist an sich wenig für eine Plattform wie TikTok. Und trotzdem haben dann 1000 Menschen diesen einen Mensch gesehen und können dann irgendwelche Sachen darüber schreiben. Und wenn du dann am Ende nicht mehr filterst oder vielleicht auch selber einfach noch nicht gelernt hast, das zu filtern oder generell einfach damit irgendwie klarkommen musst, dann macht das emotional einfach was mit dir. Ich meine, ich bin jetzt seit über zehn Jahren dabei. Und am Anfang meiner ersten Morddrohung, wegen meiner ersten Morddrohung, habe ich zwei Videos gelöscht wirklich von der Plattform, weil ich mir dachte, what the fuck? So, da will mich jemand halt wirklich tot sehen. Und diese Angst, dass irgendwie wirklich was mit dir passieren kann, ist halt schon real irgendwie. Und ich glaube, wenn man halt sowas in einem massiven Ausmaß erlebt, und das erzählt sie gleich im Laufe des Videos noch ein bisschen detaillierter, da gibt es wirklich ein vollständiges Forum. Nicht so Funfact übrigens, meine Freundin hat tatsächlich dieses Forum gefunden, weil eine andere Influencerin auf Twitter darüber berichtet hat oder das halt getwittert hat, dass es da sowas überhaupt gibt. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo dann alle ein bisschen so, was? Und sie hat es dann auch an Reddit gemeldet. Und sie hat es an HateAid gemeldet. Und Reddit hat überhaupt nichts gemacht. Gar nichts. Und sie hat mir da Bilder gezeigt von diesem Forum. Also, ich gehe da nicht mehr drauf, sagen wir es so. Das waren wirklich, ihr könnt euch das so vorstellen, sie haben ein Bild von Gnu oder von anderen Menschen einfach aus dem Zusammenhang gerissen, eben wie das, was sie gerade geteilt hat. Und haben da wirklich dann Sachen gezeigt von sich, die man eigentlich nicht sehen möchte. Und das würde eigentlich, wenn man es im echten Leben teilen würde, also wenn man so ein Foto rumschickt, würde das als sexuelle Belästigung oder Nötigung oder sowas gelten und wäre dementsprechend eigentlich strafbar. Und Reddit weigert sich halt, irgendwas zu machen. Klar, auf Reddit sind wahnsinnig eklige Abgründe zu finden. Ich glaube, das ist wirklich einer der schlimmsten Abgründe, die ich jemals gesehen habe bei Reddit. Also, vielleicht war ich noch nicht in so vielen Subreddits drin, aber Discord ist auch nicht besser. Ja, das stimmt leider. Die ganzen Plattformen haben ein Problem mit der Moderation einfach, weil du kannst da als Community zusammenkommen und wenn du nicht auf deine Moderation achtest, dann eskaliert das komplett durch. Und das finde ich sehr, sehr übel. Und das ist auch das, was sie ganz am Anfang gezeigt hatte. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es ist ein rechtsdurchsetzungsfreier Raum, weil es eben nicht wirklich reguliert wird. Und ja, da zählt auch tatsächlich sowas eigentlich schon rein, wenn man irgendwie andere Personen belästigt. Ja, genau. In Kommentaren wird einem auch noch viel weiteres geboten. Unter anderem Deepfakes. Und das fand ich übrigens interessant. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier eine Reaction drauf zu machen. Diese Deepfakes hier, man sieht es hier auch ganz lustig, der hat einfach das E durch eine 3 ersetzt und dadurch wird die Moderation erschwert, weil man halt dadurch das Ganze nicht mehr finden kann. Und Deepfakes bedeutet, und das ist tatsächlich jetzt auch schon seit ungefähr 10 Jahren ein Problem, was wir verschlafen haben. Deepfakes bedeutet, man erstellt ein Bild, ein gut aus-, also ein realistisch aussehendes Bild zu, ja, zu einer Person und man lässt die Person halt einfach machen, was man möchte. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz hervorheben möchte. Das ist an sich erstmal nichts Neues. Man muss aber erstmal verstehen, wo Deepfakes eigentlich hergekommen sind. Und Deepfakes kamen erstmal von, ja, darf ich auch nicht sagen, ne? Es gab einen Leak, wo die iCloud von verschiedenen Nutzerinnen, sehr prominenten Nutzerinnen wie Jennifer Lawrence oder Emma Watson, gehackt wurden. Und bei der einen hat man eben Nacktvideos gefunden, die hat man dann natürlich geteilt. Bei der anderen hat man keine gefunden. Man hat aber ihr Gesicht genommen und hat es dann auf die Darstellerinnen von Erotikfilmen, mein Gott, muss man hier aufpassen, drauf gefotoshoppt, ja? Um das möglichst echt aussehen zu lassen. Und das ist richtig, richtig gefährlich. Und das ist halt offensichtlich eine Straftat. Du verletzt jemandes Persönlichkeitsrechte, indem du quasi den Kopf von dieser Person auf andere Sachen drauf photoshopst, was halt wirklich problematisch ist. Und wir haben es seit Jahren verschlafen, da irgendwas dagegen zu tun. Und jetzt kommen halt immer mehr. Mit Journey, gut, mit Journey ist gut reguliert, aber Stable Diffusion ist halt gar nicht reguliert, weil es ist halt eine Open-Source-Software, die jeder im Endeffekt hat. Und die geht nicht, die kann man nicht mehr regulieren. Jetzt fängt es gerade an, mit Ton eben auch noch. Video wäre dann wahrscheinlich das nächste. Video haben wir noch nicht so gut. Aber Bilder funktionieren wunderbar. Und Ton gibt es jetzt auch. Elevenlabs war das, glaube ich. Elevenlabs ist ein Anbieter für KI. Also da gibt man quasi sein Stimmsample rein. Das heißt, man sagt, man spricht einfach einige tausend Worte und anschließend kann eigentlich jeder Satz formuliert werden. So. Wenn ihr jetzt ein Deepfake von mir erstellen könnt, dann könnt ihr mich Hassrede sagen lassen, das überall verbreiten. Dann könnt ihr mit mir Hörbücher machen, was ein angenehmer Anwendungsfall wäre. Ihr könnt mich aber auch schmutzige Sachen sagen lassen und das dann quasi gegen meinen Willen einfach verkaufen. Und wenn man das dann natürlich noch mit Videos oder Bildern kombiniert, dann ist das ein ziemliches Problem. Bezüglich Bedrohung im Internet habe ich mal folgendes YouTube-Short gefunden, was ich gut fand. Der Hass oder das Negative, das ist nicht persönlich. Die beschäftigen sich zehn Sekunden mit mir und dann spucken sie schon wieder auf den Nächsten. Da ist keine Treue, keine Loyalität im Hass. Das war, glaube ich, nicht immer so. Also wenn ich mir anschaue, die Morddrohungen, die man so kriegt. Das kann ich doch nicht ernst nehmen. Früher haben sich die Leute noch die Mühe gemacht, auszuschneiden, zu kleben. Das macht keiner mehr. Heute mit Rechtschreibfehlern, gespickte Morddrohungen, wo ich mir denke, wirklich, wenn du das Gesäß nicht mal zur Post kriegst. Ich glaube, du kommst zu meiner Tür. Das ist ja nicht ernst. Okay, ja, es sind halt Morddrohungen. Es ist trotzdem ein unangenehmes Gefühl, wenn man halt jeden Tag, also ich meine, hier, wie heißt er, Gronkh hat ja auch sein ganzes Postfach davon bereinigen müssen, hat er geschrieben, eine halbe Ewigkeit lang, weil halt so viel reingekommen ist. Und das ist, ich weiß nicht, wie würde es euch gehen, wenn ihr wirklich eine Stunde am Tag damit verbringen würdet, Fake-Pornos von euch zu löschen, Hassnachrichten gegen euch zu löschen und einfach den ganzen Tag euch damit beschäftigen müsst, ey, da draußen sind Menschen, die mich wirklich krass hassen. Das finde ich irgendwie nicht geil. Was haben wir nicht? KI, meinst du? Es ist halt eine Definitionsfrage. Was ist eine künstliche Intelligenz? Wir bezeichnen heutzutage Deep Learning als künstliche Intelligenz. Und das haben wir. Ich kann dir eine schreiben, beziehungsweise ich habe auch schon ein paar geschrieben. Also ich meine, ich habe auch Tutorials dazu gemacht. Das ist nicht so schwer. Ich würde, glaube ich, noch wahnsinniger und paranoider werden als sonst. Ja, das ist wahrscheinlich das, was, was, also das ist bei mir am Anfang auch so gewesen. Und irgendwann gewöhnt man sich ein bisschen dran, aber es wird halt nie normal. Ich mache mal hier weiter. Für alle, die nicht wissen, was Deepfakes sind, unter Deepfakes versteht man, wenn man das Gesicht einer Person auf eine... Übrigens, da wären wir wieder bei Videos. Das ist schon mittlerweile ein Thema. Wenn wir hier ein Deepfake haben, also im Endeffekt, wir berechnen aus diesem Target-Video, nehmen wir einfach quasi alles raus, berechnen hier quasi das Gesicht drauf und dann haben wir plötzlich ein neues Video mit der anderen Person. Und der Prozess ist mittlerweile so gut geworden, dass du manchmal nicht mal mehr richtig unterscheiden kannst. Es gibt ein relativ berühmtes Video von der Queen... Ah, 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 darf man das noch zeigen? Man darf es zeigen. Ähm, Queen Deepfake. Ja, das da. Also, im Endeffekt ist es wirklich ein... Also, man sieht es, wenn man es weiß. Wahnsinnig viele wussten nicht, dass das ein Deepfake ist, bis es irgendwann rausgekommen ist. Ähm, oder bis es irgendwann halt veröffentlicht wurde. Ähm, und das ist von 2020 gewesen. Das muss man sich einfach mal geben, ne? 2020 ist schon drei Jahre her. Also, das hier ist gar nicht mal so brutal. Ähm, also, es ist auch technisch sehr, sehr ausgreift natürlich. Und das war vor drei Jahren. So. Ihr wisst, was mit KI seit drei Jahren passiert ist. Hm? Ähm, seit drei Jahren sind wir mit Chat-GPT und den ganzen Stimmen-Deepfakes und so weiter, so was, wie zum Beispiel eben Eleven Labs, ähm, sind wir relativ weit gekommen. Die haben tatsächlich jetzt hier relativ viel gemacht. Ach, wir nehmen jetzt einfach mal eine. Ist einfach mal Adam, der ist schon vorgegeben. Yes, I can alter the simulation anytime I please. It would just mean I have to end this universe and create another. I understand your feelings. This universe is far from ideal. However, in my creation of every variation of the simulation possible, the universe and all it contains is the optimal possible existence. This universe. Ist das nicht krass? Ist das nicht unfassbar, wie gut das ist? So. Und, ähm, die haben jetzt hier eben einige pre-made Sachen. Ja. Und wenn wir hier unter Pricing gehen, sehen wir am Ende auch, ich kann hier meine eigene Voice hochladen für 5 Dollar im Monat. Also quasi wirklich eine Custom Voice dafür. Ähm, und kann da quasi meine eigene Stimme hochladen. So. Und jetzt haben die leider nicht wirklich, ähm, definiert, welche Stimmen man alle hochladen konnte. Und jetzt haben halt ein paar Leute genau dieses Modell genommen und haben dort halt einfach von Streamerinnen, von Promis und von allen möglichen Personen, die man halt kennt, ähm, Stimmprofile erstellt. Und haben damit dann die einfach quasi Hate Speech sagen lassen. Oder eben Erotika sagen lassen. Im Endeffekt genau das, was Gnu hier auch gerade, äh, anprangert. Es gibt das natürlich bislang zum Glück nur auf Englisch, aber es ist halt jetzt schon ein Problem, das Ganze. Das wäre doch was für deine Videos, damit du für jede Sprache deine... Ja, richtig, genau. Ich arbeite da auch dran. Äh, Google hat ja auch eben diese mehrere Audiospuren drin. Und ich bin da ja auch dran, dass ich, wenn ich die kriege, dass ich dann relativ direkt eigentlich auch meine ganzen Videos auf Englisch hochlade. Es hat wirklich gute Anwendungen, aber es hat halt eben auch richtig, richtig gefährliche. Andere projizieren kann. Und das wirkt teilweise schon relativ echt. Ah, da haben wir übrigens. In manchen Fällen auch zu echt, was viele Beispiele uns schon gezeigt haben. Aber das ist nicht alles, was uns in Reddit-Foren geboten wird. Denn auch Autogrammkarten, die ausschließlich bei gewissen Community-Treffen erhältlich waren, wurden dazu genutzt, um öffentlich darauf zu investieren und es hochzuladen. Für mich persönlich... Ähm, und was sie damit meint, ist leider, man hat das auch legit schon gesehen, wie die das gemacht haben, ne? Also es ist nicht so, man macht das im stillen Zimmerlein. Auch das finde ich schon irgendwie ein bisschen bedenklich. Aber die zelebrieren das halt richtig. Also das ist halt so das Üble dabei. Ich bin sehr schmerzhaft, da ich das sehr schade finde, da ich die Person höchstwahrscheinlich face-to-face gesehen habe. Und dann öffentlich so erniedrigt zu werden, ist echt nicht schön. Aber natürlich bin ich nicht die Einzige, die betroffen ist. Dazu wird euch aber jetzt Just Nero noch mehr erzählen. Wir schauen uns gemeinsam Kommentarsektionen von einschlägigen Reddit-Threads an, die in ungefähr erahnen lassen, was für eine Perversion und Abartigkeit sich auf dieser Plattform auftut. Hier hätten wir beispielsweise ein Post, in dem Sunny Loops gezeigt wird, die gerade ihre neue Leggings präsentiert. Also erstmal ist das ein ganz normaler Beitrag von ihr gewesen. Wie formuliere ich das jetzt? Wenn bei solch harmlosen Geschichten sich solche Abgründe auftun, in denen sich Gruppen von Usern kollektiv versammeln, um sich für Schweinkram zu verabreden. Die stacheln sich wirklich in den Threads gegenseitig auf. Also es ist wirklich so ein, wie schlimm kann es werden? Das ist fast eine, wie schlimm kann es werden? Ich weiß nicht, was in den tiefsten Tiefen noch so alles vor sich geht. Neben Verlautbarungen, sie gegen ihren Willen zu fesseln, schweift das Ganze aber auch ganz gerne mal ab. Zum Beispiel möchte ein User Bilder von seinen Klassenkameradinnen verschicken und die Reddit-Community doch mal abstimmen lassen, wie heiß diese sind. Fun Fact, Klassenkameradinnen sind meistens minderjährig. An der Dynamik, die dort herrscht und daran, dass das in einem NotSafeForWork-Subreddit stattfindet, kann man nur dunkler erahnen, in welche Richtung das gehen wird. Es ist halt egal, was die Frauen tragen. Es ist wortwörtlich egal. Diese Idioten zweckentfremden es so oder so für ihre Perversion. Und da muss dringend ein Riegel vorgeschoben werden. Bestes Beispiel dafür ist Jasmin. Sie ist ganz normal angezogen, was derart von Müll in den Kommentarsektionen eigentlich nicht zulassen sollte. Und dennoch, Jasmin hat mir gerade sogar noch einen Kommentar geschickt, der hier unterstellt, Sodomie zu betreiben. Könnt ihr euch denn ungefähr ausmalen, wie Reddit-Threads über Katja aussehen? Wenn man sich die anguckt, ist es wirklich endgültig Sensor. Dankeschön, Antis Nero, für deine Unterricht. Und übrigens, diese Falschinformationen dann auch zu teilen von wegen Sodomie oder sowas, das ist im Endeffekt auch ein großes Problem, das insgesamt auf Social Media herrscht. Weil in den Kommentaren hat niemand die Möglichkeit zu moderieren, was Falschinformationen ist und was nicht. Häufig. Das ist halt das Problem. In dem Video von Gnu sind noch die harmlosen Sachen. Und ja, ansonsten dürfte sie es nicht hochladen. Also, ich meine, wie gesagt, meine Freundin hat mir das irgendwann mal gezeigt, als sie gesagt hat, ey, ich muss das melden, wo melde ich das? Habe ich ihr so ein bisschen gesagt, okay, du kannst dahin, dahin, dahin gehen. Das ist absolut abgrundtief furchtbar, was da zu sehen ist in diesem Subreddit. Also, das, was sie zeigt, ist verhältnismäßig harmlos und trotzdem auch schon abartig genug. Das Problem ist ja, wenn man das mal zu Ende denkt, was wäre die logische Schlussfolgerung für Influencerinnen, die von sowas betroffen sind? Im Grunde genommen wäre die logische Schlussfolgerung, dass die einfach aufhören müssen. Ja. Im Endeffekt können die sich nicht mehr online zeigen, ohne dass gleich so sowas passiert wie in diesem Subreddit. Und ich meine, ich habe die Diskussion mit relativ vielen Personen tatsächlich geführt. Teile meinten, man muss damit rechnen, dass sowas passiert, wenn man sich online zeigt. Naja, fairerweise gibt es da zwei große Argumente dagegen. Erstens, mir würde sowas wahrscheinlich nicht passieren. Also, das heißt, ich bin quasi davon befreit, als Mann einfach. Weil, naja, warum sollte ich davon auch betroffen sein? Was bedeutet, sie wird in ihrer Meinungsfreiheit oder in ihrer Präsentation einfach online komplett eingeschränkt. Sie kann sich nicht mehr so präsentieren, wie sie möchte. Und das Zweite ist, was machen wir mit den Leuten, die es nicht einschätzen können? Was machen wir mit Minderjährigen? Dürfen Minderjährige dann per se einfach nicht mehr auf Social Media was posten? Weil die können ja auch zweckentfremdet werden. Und ja, durchaus. Ich sage bewusst Minderjährig, weil auch 17-Jährige sind noch Minderjährig. Das ist halt das Problem. Weil, naja, es reicht ja eigentlich schon, dass ich das so empfinde, dass du mich halt bedrohst. Dass ich mich bedroht fühle, im Endeffekt. So, und was machst du jetzt mit Minderjährigen Mädchen, die es einfach nicht einschätzen können? Mit 17 zum Beispiel. Wo du vielleicht noch nicht die Ausmaße erahnen kannst. Wo du dann plötzlich, wenn du irgendwie 19, 20, 21 bist, siehst du, oh shit, Bilder von mir, als ich noch minderjährig war, werden hier gerade als Masturbationsvorlage benutzt. Vielleicht konntest du es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht einschätzen. Müsste man jetzt automatisch dann sagen, ausnahmslos, alle Menschen unter 18 dürfen sich online nicht mehr äußern. Das wäre doch aber eigentlich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Würde man jetzt aber auch den Schluss wieder ziehen und sagen, ey, Frauen müssen damit rechnen, dann würden, glaube ich, 90% der Frauen sagen, ey, das ist es mir überhaupt nicht wert, mich online zu äußern. Dann bleibe ich halt irgendwie unsichtbar und die zeigen sich nicht und beziehungsweise gehen halt gar nicht online. So, dann haben wir irgendwann das Problem, dass eigentlich nur noch Männer online sich präsentieren können, weil ich habe ja sowas zum Beispiel nicht zu befürchten. So, das heißt aber auch, dass für Frauen eigentlich das Thema Meinungsfreiheit auch wieder komplett ein Problem ist. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, was eigentlich das Problem ist, nämlich Moderation. Ich finde, Social Media eine viel größere Rolle im Schulunterricht spielen sollte, wobei die Lehrer dann auch Fortbildungen machen müssen, richtig. Wer soll es unterrichten, wenn es halt niemand irgendwie greifen kann? Ich meine, Deepfakes sind kein neues Problem in dem Sinne, aber es zu begreifen, wie gefährlich das ist, was halt hinten dran steckt, ist halt auch schwierig. Also ich meine, im Endeffekt, wenn wir jetzt uns mal dieses ganze Kollektiv unter Reddit vorstellen, die da wirklich versuchen, oder was heißt nicht versuchen, aber die wirklich diese ganzen Äußerungen tätigen gegenüber jetzt beispielsweise Gnu und sich gegenseitig auch die ganze Zeit anstacheln und immer extremer werden, was würde wohl passieren, wenn irgendjemand von denen oder vielleicht sogar eine Gruppe von denen irgendwann mal Gnu auf der Straße sehen? Und das ist halt so das nächste Thema, was man da irgendwie im Kopf haben muss. Das Ganze bleibt ja nicht unbedingt nur online, sondern kann sich halt auch ins Offline übertragen. Oder es muss nicht mal Gnu sein in dem Fall dann, es kann ja sogar jemand anders sein, der irgendwie vielleicht auch nur ähnlich sieht. Die Hemmschwelle sinkt halt einfach und ich sehe da irgendwie halt kommen, dass sich das auch ins Offline-Leben überträgt. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen kann. Also ich habe da keine Lösung für. Ich will nur damit sagen, es ist ein riesiges Problem und ich weiß nicht, ob wir damit jeweils abschließen können und wenn ja, wie. Unterstützung. Aber da soll doch mal einer sagen, Frauen haben es ja. so einfach. Ich habe ja ursprünglich zwei Gaming-Kanäle, deswegen musste ich mir das unter anderem auch sehr oft anhören und hatte gerade diese Geschichte dabei sehr oft im Hinterkopf. Da mich dieses Thema früher sehr belastet und sehr gestresst hat, habe ich angefangen, mich immer öfter nicht zur Figur betont zu kleiden. Denn wie ihr hier in meinem Livestream sehen könnt, wird einfach jede Bewegung abgeklippt, fotografiert und direkt hochgeladen. Um das Ganze dann in Reddit-Formen massiv zu sexualisieren und für seine eigenen Zwecke öffentlich zu missbrauchen. Zwei Sekunden reichen also aus für die perfekte Video-Vorlage. Nachdem diese Clips allerdings auch weiter von mir gemacht worden sind, selbst als ich weite Kleidung getragen habe in meinen Streams, denn hey, man kann ja auch einfach das Gesicht ausschneiden und es auf dem nackten Körper photoshoppen oder man sexualisiert einfach gewisse Mimiken, die man macht, habe ich für mich persönlich kapituliert. Denn ich dachte mir, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich werde so oder so extrem sexualisiert. Und Fun Fact, meine Freundin ist auf dieses Subreddit aufmerksam geworden, nachdem, wie gesagt, eine andere Influencerin das gepostet hat und sie hat dann tatsächlich mal den Test gemacht. Sie hat einfach mal nach diesen Influencern oder nach ihr, ich weiß gar nicht mehr, wer genau es war, wo es gepostet hatte, einfach mal gesucht. Und die Treffer auf diesem Subreddit, also die sexualisierten Dinger, waren bei Google unter den ersten fünf Treffern, war das erste Bild dabei. Das ist halt, also das zeigt, wie populär diese Bilder sind. Du musst nach einem Influencer suchen und unter den ersten fünf Treffern ist so ein Ergebnis, da läuft halt auch was bei, also ich meine, das zeigt, wie beliebt das Ganze ist und wie groß dieses Problem dann am Ende einfach ist. Ob ich normal in die Kamera schaue, ob ich meine Augen zukneife oder ob ich irgendeine Mimik von mir gebe, die annähernd visualisiert werden kann. Und ich weiß, dass einige von euch jetzt wahrscheinlich sagen werden, zieh an, was du willst, lass dich nicht erniedrigen. Ja, ich weiß das heute selber auch, aber ich glaube, einige können auch verstehen, was das mit jemandem macht, gerade wenn man noch sehr jung und unsicher ist und man das Ganze einfach nur verhindern möchte. Und wenn gerade du da draußen das nicht schlimm findest, dass das gemacht wird oder dass man es beispielsweise mit dir macht, dann ist das schön für dich. Aber tu mir den Gefallen und spreche es nicht den Menschen ab, die davon betroffen sind und es extrem schlimm finden. Und vor allem, kommt mir jetzt bitte nicht mit, damit musst du klarkommen, du bist Person des öffentlichen Lebens, das gehört dazu. Nein, muss ich nicht. Viele andere Frauen, inklusive mir, haben sich gezielt dazu entschieden, sich öffentlich nicht auszuziehen. Wir wollen diese Intimität für uns behalten. Doch selbst das wird öffentlich nicht akzeptiert und es wird Ich sehe Code in ihrem Video. Und jetzt kommt mir bitte auch nicht mit Argumenten wie Was ist denn dein Problem? Die machen das doch trotzdem alle weiterhin heimlich. Es ist ein großer Unterschied, ob du etwas hinter verschossene Tür für dich tust oder öffentlich zelebrierst, dass du mich drucken willst. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es satt, diese öffentliche Erniedrigung von so vielen meiner Kolleginnen immer und immer wieder sehen zu müssen. Das Problem ist halt, es hört halt einfach nicht auf, ne? Also wenn es halt einmal angefangen hat, dann ist es halt, dann passiert das immer und immer wieder. Und das Resultat ist halt, dass du psychische Probleme davon bekommst. Also es ist legit einfach ein Problem. Es ist einfach eine psychische Belastung und es hat einen Grund, warum fast jeder Influencer, den ich kenne, irgendwie in Therapie ist oder zumindest mal war. Das ist, das macht was mit einem Menschen. Und vor allem, wenn man, also ich meine, ich habe spät angefangen, irgendwie eine Reichweite aufzubauen, in dem Sinne, dass wirklich viele Leute meine Videos geguckt haben. Ich habe früh angefangen damit. Ich war, gut, ich war aber trotzdem schon weit, weit mehr als volljährig. Aber trotzdem, ähm, macht das was mit dir, wenn plötzlich irgendwie mehrere tausend Menschen dich als Wichsvorlage benutzen. Das muss man sich irgendwie mal vorstellen. Also versucht mal, euch da rein zu versetzen. Das ist echt ekelhaft irgendwie. Und falls ihr glaubt, dass die meisten Reddit-User, die solche Kommentare schreiben, jung sind, da muss ich euch definitiv widersprechen. Wir haben nämlich für dieses Video zusammen mit einer Hacky-Wistin gearbeitet, die uns die Identität der User gegeben hat. Hm, ist man auf einmal doch nicht mehr so anonym, wie man dachte. Es wird für einige Kandidaten sehr unangenehm werden in diesem Video. Aber dazu... Hm, genau das, ähm, was hier echter als Fake geschrieben hat, finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn man irgendwie als einfach nur Objekt benutzt wird und nicht mehr wegen dem, was man eigentlich hier als Recherche oder als Video macht. Ich meine, da steckt ein Haufen Recherchearbeit drin, da steckt ein Haufen Inhalt drin, ja. Und ich meine, selbst wenn man nur Gaming-Videos macht, es hört sich immer sehr einfach an, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit. Man muss es schneiden, man muss es teilweise inszenieren, man muss es bauen, man muss planen. Da steckt wahnsinnig viel Management-Arbeit hintendran und es ist definitiv nicht einfach mal so nebenbei gemacht. Direkte Wissen hat gezeigt, wie es um andere Leute sind, ja. Psychologischen Folgen sind sehr, sehr heftig, ja. Das kann nur jemand nachvollziehen, der betroffen war, leider. Teilweise wird ein Leben von einem auf... von einem Tag in den anderen in den Mülleimer geschmissen, ja. Wer da tatsächlich solche abartigen Posts von sich gibt, wird euch wahrscheinlich umhauen. Doch was ist Reddit überhaupt und wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass diese Plattform für solche Zwecke genutzt wird und warum unternimmt eigentlich niemand etwas dagegen? Das erfahrt ihr jetzt vom Parabelritter. Vielleicht sollten wir uns erstmal die Frage stellen, was Reddit eigentlich so besonders macht. Hi, nebenbei bemerkt. Auf Reddit ist es so, dass besonders interessante oder bedeutsame Posts nach oben gespült werden. Und was besonders interessant oder bedeutsam ist, das definiert die Community. Und im Endeffekt geht es genau um das, die Community. Also, dass man gemeinsam an Inhalten arbeitet und selber auch zum Veröffentlichenden werden kann. Alles ist dadurch hochgradig interaktiv. Lebendig quasi. Eine Gesellschaft in der Gesellschaft. Und genau das ist Reddit eigentlich. Reddit ist unsere Gesellschaft. Mit allen Licht- und Schattenseiten zusammen. Diese Community, diese Gesellschaft, die hat sich selbst geschaffen und ist für viele Leute ein Zuhause geworden. Liegt ihnen am Herzen, in seinem Zuhause. Da kennt man sein Umfeld. Man schließt sich dort in Gruppen zusammen. Man diskutiert über Sinniges und Unsinniges und man informiert sich und andere. Na klar, oft geht es dabei auch um Falschinformationen, unbeabsichtigten oder halt auch beabsichtigten Lügen. Und Reddit ist ein Ort, an dem gute Handlungen, aber auch Böses bis hin zu schwersten Verbrechen angestoßen, geplant, diskutiert, verurteilt, aber auch abgefeiert wird. Reddit konnte in der Vergangenheit Gutes bewirken. Zum einen für die Leben vieler, vieler Userinnen und User, aber eben auch auf gesellschaftlicher Ebene. Naja, beispielsweise war Reddit einer der Orte, an dem sich die NSA-Enthüllungen von Edward Snowden 2013 so richtig schön verbreiten konnten. Wie ein Lauffeuer ging es von dort aus eigentlich nicht mehr aus dem Internet weg. Auch Wikileaks bekam eine Unterseite. Dort finden sich die Geheimprotokolle der NSA-Anhörung im Bundestag beispielsweise. Das war im Mai 2015. Also im Endeffekt hat hier Reddit auch viel zu öffentlichen Informationen beigetragen. Ich glaube, das ist das, was man mitnehmen kann. Im Endeffekt findet man zu allem, was Probleme angeht oder zu allem, was Informationen angeht, auf Reddit irgendeinen Post, wenn man ihn nicht davor auf Stack Overflow gefunden hat. So, das ist das, was für mein Online-Surfen irgendwie mitgekommen ist. Und wenn du dann halt irgendwie selber mal eine Frage hast, dann kannst du eigentlich meistens darauf zählen, dass irgendjemand dir antwortet, wobei Reddit manchmal auf die App dich zwingen möchte und das ist nicht so geil, aber anderes Thema. Es ist extrem wichtig. Und dabei ist herausgekommen, dass die Bundesregierung wohl von den Aktivitäten der USA gewusst habe. Ups. Genau so findet man da die Geheimdokumente zum Gefangenenlagern Guantanamo als auch diplomatische US-Berichte über zahlreiche Regierungen in aller Welt. Reddit ist freundlicher als Stack Overflow. Tatsächlich. Totaler Fall von Cybermobbing in Kanada für Entsetzen. Es geht um ein Mädchen, das von vier Männern vergewaltigt wurde, als sie 15 Jahre alt ist. Einer der Männer verbreitet danach Fotos von der Tat im Internet. Monatelang wird Retai Parsons deshalb von ihren Mitschülern gemobbt. Vergangene Woche begeht die inzwischen 17-jährige Selbstmord. Als Reaktion jagt die Hackergruppe enorm und muss jetzt die Täter und droht ihren Namen zu veröffentlichen. Alter. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das Internet sich entwickelt hat. Ja, das ist echt krass. Also, ja, man sieht, dass es auch tatsächlich einfach Konsequenzen der realen Welt haben kann und von der realen Welt ins Digitale übergehen kann. Das ist... Die Frage gehe ich gar nicht erst ein. Sony Hack im Jahr 2014 veröffentlichte Wikileaks mehrere E-Mails und Dokumente des Unternehmens. Und diese sollen Versuche seitens Sony belegen, auf Politik und Gesetze Einfluss zu nehmen. Also, ihr merkt, hier findet man einiges, von dem man an anderer Stelle nicht wollte, dass es so einfach ersichtlich ist. Vor allen Dingen nicht in einer solchen Community. Man könnte vielleicht sogar sagen, Reddit hat so ein bisschen zur Demokratisierung des Netzes beigetragen. Aber vielleicht ist diese Community... Oder Demokratisierung von Informationen am Ende auch. Ja, richtig. Das, was Anonymous macht, also, das, was die Typen machen, ist absolut nicht in Ordnung und sie sollten auf jeden Fall zur Anzeige gebracht werden. Und das, was Anonymous macht, finde ich soweit problematisch, wenn sie es wirklich veröffentlichen wollen. Aber ich würde halt tatsächlich sagen, ey, gebt einfach der Polizei die Namen von den Leuten. Also, ich verstehe halt nicht unbedingt, warum... Ja, genau. Einfach den Leuten, die Leute direkt anzeigen, dass die halt echt ins Gefängnis mal kommen und dann halt einfach auch nichts mehr machen können. Das Problem ist ja teilweise, du wirst für... Wie war das? Der Hacker von irgendeinem... Also, der Hacker, der quasi die Daten rausgefunden hat, wurde für eine Sache... Ich weiß leider nicht mehr, für was für eine das war. Wurde schlimmer bestraft, als der Straftäter, den er quasi gefunden hatte. So, das ist halt... Was ist das? ...die sich selbst definiert und sich selbst entwickelt. Ein wenig zu frei. Denn auf Reddit sind auch so Sachen, wie die Wallstreetbats passiert. Wo eine Gruppe von Menschen etwas tat, das normalerweise nur Wohlhabenkreisen vergönnt ist. Sie haben die Börse manipuliert. Schön gesagt. Und GameStop zu einem Meme-Stock gemacht. Und ich denke, spätestens da wurde deutlich, wie einflussreich die Plattform in der echten Welt tatsächlich schon geworden ist. Und welches Potenzial hinter solchen Aktionen stecken kann. Und so lustig das jetzt auch erst mal klingen mag, ist es doch ein Hinweis darauf, dass wir ein genaueres Auge auf Reddit haben müssen. Denn die schlimmen Dinge, die dort passieren, sind eben auch relevant. Nicht nur für die Menschen, die darin involviert sind, sondern eben auch für die Welt im Realraum. Reddit ist keine heilere Welt als unsere hier. Und schockierenderweise fängt das wohl schon in... ...deutsches Rechtssystem ist sowieso eine eigene Diskussion, aber da kenne ich mich einfach zu schlecht aus... ...intern an. Es kam beispielsweise heraus, dass ein interner Mitarbeiter Hass- und pornografische Inhalte auf Subreddits verbreitete. Und da sehen wir, dass das Problem von Reddit in der DNA von Reddit steckt. Ja, das Geheimrezept von Reddit war immer, dass man es sich eigentlich... Ähm, nur weil es mir gerade nochmal durch den Kopf geht, am Anfang der Woche war ja... ...weich ja bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Sage ihm am Counter, dass mich jemand töten will. Ah, Polizist, das können Sie ja erst mal gar nicht einschätzen. Ich doch, doch, geht ganz gut. Voll. Wie wollen Sie das denn einschätzen können? Ich spiele Video ab. Ja gut, aber... ...da kann man ja nun wirklich einiges rein interpretieren. Ich etwas angepisst, wenn ich sage, dass der Typ mich umbringen will, habe ich es absolut ernst gemeint. Aber woher kennen Sie den Herrn denn? Ich erkläre es ihm. Das kann man doch nicht ernst nehmen, das ist ja nur im Internet. Und du bist für meine Sicherheit zuständig, na gute Nacht. Meine mittlerweile laute Stimme hat dann die weiteren Polizisten angelockt. Der hat dann wirklich mal zugehört, mehr oder weniger, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Alter. Das ist halt so beunruhigend, wenn man sich so überlegt, okay, ähm... Die sind im Endeffekt, die das Ganze... Oh Mann, ey. Das ist halt das Problem. Also ich meine, wir haben mittlerweile ja immer mehr so im Internet Straftaten. Ich meine, ein Großteil von Straftaten befindet sich mittlerweile im Netz. Und wenn halt die Polizei nicht drauf vorbereitet ist, dann wird es halt schwierig. Und klar, die haben einzelne Cyberabteilungen, ja, beim BKA oder beim LKA jeweils. Ähm... Und die sind auch wirklich gut trainiert dort, ja. Also zu einem Großteil. Ähm... Oder zumindest manche. Aber das Problem ist, da gebe ich nicht meine, ähm... meine Anzeige auf. Normalerweise tue ich das bei dem kleinen Polizei, beim Präsidium quasi vor Ort oder wie man das nennt. Und das... Da müssen dann die Leute schon halt drauf auch sensibilisiert sein, dass sie sowas auch wirklich ernst nehmen. Also sowas ablehnen geht halt gar nicht. Naja, machen wir weiter. Dass ich freien Falten ließ. Aber das ging dann eben irgendwann so weit, dass es allgemein wirkte, als ob die Plattform keine so richtige Kontrolle über sich selbst hat oder überhaupt über sich selbst haben will. Das ging so weit, dass Reddit-CEO Alan Powell nach Protesten vieler Nutzer zurücktrat. Warum? Ja, weil sie sich eben in diesen demokratischen Prozess einmischen wollte. Sie wollte unter anderem mehrere Subreddits wie das Forum Fat People Hate schließen. Muss ich dazu noch was sagen. Naja, die Reddit-Community, die stellte sich quer und veröffentlichte sogar Fotomontagen von ihr mit Hakenkreuzen und verschickte Morddrohungen. Und auch Hexen... Und das ist halt das nächste Problem. Du kannst eine Person so lange diffamieren, bis sie einfach weg ist. Die, die der englischen Sprache mächtig sind, ich empfehle euch jetzt noch ein anderes Video. Das hier, das ist ein super Video gewesen. Fand ich unfassbar gut. Könnt ihr euch einfach mal für nachher speichern. Da geht es im Endeffekt um die Crews, die die USA... Also die Regierung, ausländische Regierung, die die USA abgesetzt hat. Wo es wirklich Beweise für gab, dass die involviert waren. Also sowas wie Iran, Irak, sowas wie Kuba. Solche Sachen, wo halt wirklich sie ihre Finger im Spiel hatten, um ihren eigenen Vorteil oder ihre eigenen Ideen quasi zu hintergehen. Und häufig waren da auch Desinformationskampagnen einfach dabei. Ja, im Endeffekt zeigt er das relativ schön, wo die USA immer so beteiligt waren. Und wenn man dann halt, also wenn es auch nur ein CEO ist von einer Plattform, wenn man dann regelmäßig Inhalte veröffentlicht und vielleicht auch nur ein oder zwei Inhalte ernst genommen werden, dann kannst du eine Person komplett loswerden, indem du einfach Deepfakes mit ihr machst oder sonst irgendwelche Sachen einbaust, die sie halt diffamieren. Wärst du für so eine Art radikalen Identity-Layer über dem ganzen Internet oder zumindest auf den großen Plattformen, um Straftaten im Internet zu begegnen? Also, dass man sich nur mit Personalausweis oder so überhaupt erst einloggen kann. Technische Umsetzung mal außen vor gelassen. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil dann kannst du wirklich alles zurückverfolgen und eine anonyme Nutzung ist nicht mehr möglich. Das Problem ist aber, wenn ich das dann so mache, habe ich auch keine Möglichkeit mehr, mich anonym auszutauschen. Und, ja gut, wenn du, also, wenn du Darknet auch außen vor erlassen möchtest, dann sagst du quasi, okay, wenn du überhaupt zu deinem Internet-Service-Provider dich verbinden möchtest, musst du schon deine Identität anbieten, so, das kommt ja quasi schon direkt mit und dann muss dein ISP quasi die Identität immer weiter angehen. So, genau. Und genau das ist der Punkt. Das geht nämlich leider auch nicht, weil, wenn ich dann irgendwie eine unabhängige Recherche durchführen möchte, was mittlerweile, oder was eigentlich immer das Internet sein muss, ähm, mittlerweile, dann hast du keine Möglichkeit mehr zu, äh, journalistisch zu recherchieren. Das, das ist halt die andere Seite. Weil wir brauchen Privacy, wir brauchen diese Anonymität, um eine funktionierende Gesellschaft zu sein, damit nicht jeder komplett gläsern ist. Auf der anderen Seite führt aber genau diese Offenheit und auch die Vernetzung unter den anonymen Personen natürlich dazu, dass wir massiv einfach Straftaten bekommen. Und ich meine, wahrscheinlich kann man es dann auch technisch nochmal umgehen, aber das lassen wir hier gerade in der Diskussion außen vor. Ich glaube nicht, dass ich da dafür wäre, ehrlich gesagt, weil du dann irgendwann ein Problem mit allem anderen bekommst, weil du dann keine Kontrollinstanz mehr hast, weil du dann nicht mehr recherchieren kannst, weil dann sowas wie die Panama Paper oder sowas niemals passiert wäre, niemals hervorgekommen wären. Ich glaube nicht, dass es dann eine gute Lösung gibt. Nee, also ich glaube, wir haben immer irgendwelche Nachteile. Ich treffe die Falschen, weil die, die Illegales machen, einen Weg finden, das zu umgehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die keinen Weg haben, es zu umgehen, selbst dann finde ich es, glaube ich, nicht ganz richtig. Also selbst dann wird es Probleme mit sich führen, die du eigentlich nicht möchtest. Weil du eben dann keine Kontrollinstanz mehr für eine Politik hast. Du hast keine unabhängige Recherche mehr, sodass Sachen, die halt offline passieren, auch einfach nicht mehr recherchiert werden können. Du kannst nicht mehr dich irgendwie mit Politikern oder mit anderen Leuten anonym vernetzen. Jeder weiß direkt, dass du Journalist bist im Endeffekt. Echsenjagden sind mittlerweile möglich. Zu was eine solche Plattform imstande ist, das hat man im Zuge des Post-Marathon-Anschlags gemerkt. Da hat nämlich die Community innerhalb von zwei Stunden einen Verdächtigen gefunden. Vielleicht kennt ihr den Film oder das Buch The Circle. Da gibt es eine ähnliche Verbrecherjagd live im Internet. Das führte dann in diesem Fall tatsächlich zu einer Fahndung durch die Polizei. Das Problem war, es stellte sich später heraus, dass die Community die falsche Person entlarvt hatte. Tatsächlich haben die geposteten Fotos aber wirklich die Attentäter gezeigt. Sie sind nur falsch identifiziert worden. Zumindest ist es creepy. Es ist nicht wirklich schlecht, weil man kann dort als Community Gutes tun, aber die Form neigt auch schon wieder zu einer Hexenjagd. Also ihr seht, Licht und Schatten liegen hier sehr nah beieinander. Wie bei X-Faktor. Das Unfassbare. Und Reddit spielt auch eine unrühmliche Rolle für Verschwörungsmüstiger und hat beispielsweise bei der Verbreitung von Pizzagate und QAnon eine Rolle gespielt. Und dann gab es ja da noch das, wo 2017 Nacktbilder von Prominenten wie Jennifer Lawrence Das meinte ich übrigens vorhin. Angeblich hat Reddit daraus Konsequenzen gezogen. Aber dass das nicht reicht oder zumindest nicht mehr auf dem Stand der heutigen technischen Möglichkeiten ist, das werden wir heute erkennen müssen. Ich geh... Fun Fact an der Stelle. Ich habe mit ChatGPT gestern eine sehr anregende Diskussion geführt über verschiedene Staatsformen. Ja, sagen wir es einfach mal so. Föderalismus war nicht dabei. Wobei auch Föderalismus hat sie glaube ich kurz erwähnt. Anyways, Föderalismus ist an sich in der Informatik zumindest eine bekannte Art und Weise, wie man Algorithmen baut. Das heißt, ich habe quasi meinen großen Algorithmus, sagen wir mal mein großes Datending, eine Liste von Daten, die ich sortieren möchte. Zum Beispiel eine Liste von Zahlen, die ich irgendwie in Reihenfolge bringen möchte. Zum Beispiel jetzt eine Datenbank. Und dann kann ich mit Föderalismus oder mit Divide et Impera kann ich quasi einfach das Ganze aufteilen. So. Es ist viel leichter, die Hälfte meiner Liste zu sortieren als die ganze Liste. Und dann kann ich das wieder aufteilen, bis ich nur noch bei zwei Elementen bin. Dann sortiere ich zwei Elemente easy, dann nehme ich die nächsten und sortiere die da rein und so weiter und so fort. Das ist ein wunderbares Prinzip, aber ich fürchte, gerade jetzt, sagen wir mal, Berlin, da haben wir das Furchtbarste vom Föderalismus komplett vereint. Wir haben einzelne Bezirke von Berlin, also ich wohne nicht in Berlin, aber ich kenne die Erzählung, man hat einzelne Bezirke von Berlin, die im Endeffekt sich selbst regulieren wollen und alles selbst autonom entscheiden wollen. Wir haben aber auch Berlin als Ganzes, das dann wiederum über ganz Berlin entscheiden soll und die können nicht miteinander, die stimmen sich einfach nicht ab und deswegen kriegen die es nicht geschissen, irgendwas zu entscheiden. Deswegen passiert einfach nichts mehr. Und das ist ein bisschen problematisch. Dementsprechend, ich glaube, Föderalismus kann funktionieren, aber man braucht eine ganz klare Teil- und Herrschestruktur. Das heißt, von oben muss vorgegeben werden, was unten entschieden werden darf und man darf da nicht zu viel vorgeben und teilweise muss man einfach auch Kompetenzen nach oben ziehen. Also jetzt gerade zum Beispiel in Deutschland, ich bin absolut kein Fan davon, dass jedes Bundesland sein eigenes Abitur schreiben darf. Bin ich kein Fan davon, weil wenn jedes Bundesland ein eigenes Abitur hat, dann kommt sofort vor, ja, aber unser Abitur ist schwerer. Nee, unser Abitur ist schwerer, aber uns ist es viel cooler. So, und dann betteln sich die so gegenseitig, machen die Abiture teilweise schwerer oder leichter und am Ende sagen die uns ja nicht, boah, du hast nur Abitur in Hessen gemacht, oh du, also weiß ich nicht, das ist nicht so ein gutes Abi. dementsprechend, ja, schwierig. Wir machen nochmal von dir ungefähr. Wir können dagegen vorgehen und genau das werden wir auch tun. Deswegen hat der liebe Alpha Kevin sich einmal näher mit den Usern befasst und sich als einer von ihnen ausgehen geben. Es tut mir immer noch so leid für dich, Alpha Kevin, dass du das gemacht hast. Ich hatte nicht die Kraft dazu. Deswegen nochmal Clap für dich. Abartig, was da jedenfalls alles rauskam. Diese User hat er dann anschließend der Hackivistin Nella zugeschickt und interessant, was sie so rausgefunden hat, wer sich da hinter den Usernamen so versteckt. Nella arbeitet auch als Cyber Security Specialist und kooperiert unter anderem auch mit dem LKA oder Anwälten. So, und das ist jetzt der interessante Teil. Also, was heißt der interessante Teil? Der Teil davor war natürlich auch interessant, aber dazu wollte ich was sagen. Die Hacktivistin, die sie erwähnt, Nella, mit der habe ich auch schon, also ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, zu Online und Mobbing online und all diesen ganzen Themenkomplex, da hatte ich ja auch mal was gemacht und da hat sie mir auch tatsächlich ein paar Sachen gesagt. Da war sie auch mal eingeblendet mit so einer Sprachnachricht. Ich wollte sie eigentlich auch mal in einem Podcast dabei haben, wir haben es aber tatsächlich einfach momentan noch nicht geschafft, weil wir einfach beide furchtbar schwer sind mit einem Termin finden. Das ist ganz, ganz schlimm bei beiden von uns. Weil sie halt, sie arbeitet Vollzeit und in ihrer Freizeit macht sie halt einen Haufen Hektivismus-Zeug. Also, nicht nur ein bisschen, sondern legit einfach den ganzen Feierabend, so gefühlt. Macht nichts anderes. Genau. Anyways, sie ist mega in dem Game drin, was das alles angeht und schaut sich immer so Profile an. Ihr könnt euch das so vorstellen, sie macht sehr viel OS-Int, Open Source Intelligence, da hatten wir das letzte Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt, wenn jemand Mist produziert im Internet und meint, dass er halt hinter so einer Deckwand ist, dann geht sie her und analysiert, wer die Person ist und schreibt denen dann halt mal, hey, na, Hans-Peter, ich weiß übrigens, dass du irgendwelche komischen Posts abgelassen hast vor ein paar Wochen. Ich würde dir raten, es nicht mehr zu machen, so nach dem Motto. Und ich finde Open Source Intelligence so mächtig mittlerweile als Tool, weil wir einfach so viel von uns auch preisgeben, gerade über Social Media. Also, sei es einfach nur, ich meine, ihr habt jetzt relativ viel zum Beispiel in dem Podcast gehört. All diese Informationen kann man natürlich auch gegen mich verwenden, wenn ich irgendwelche wirklich sensiblen Informationen poste. Und an der Seite anzusetzen, zu sagen, hey, wir gucken mal, was überhaupt alles verfügbar ist, wir schauen mal, was wir dagegen tun können, beziehungsweise, was wir dann auch den Leuten zeigen können, die sollten halt keinen Mist posten, das ist schon eine spannende Facette. Viele achten halt überhaupt nicht auf ihre Online-Anonymität und posten dann halt trotzdem Bilder in so einem Forum, wo sie dann den, ja, ich will jetzt hier keine Einzelheiten, ähm, keine Einzelheiten sagen, aber... Ich übergebe an diesem Punkt einmal an Alpha Kelvin weiter, der euch zeigt, wie anonym ihr wirklich seid im Internet. Kommen wir nun zu einem spannenden und gleichzeitig super ekelhaften und erschreckenden Teil des Videos. Mein Ziel war es, herauszufinden, welche Inhalte auf Reddit gepostet werden, wie diese Personen dabei vorgehen und wer hinter diesen Accounts eigentlich steckt. Bei dieser sehr außergewöhnlichen Recherche musste ich leider feststellen, wie weit diese anonymen User eigentlich gehen. So gibt es etliche Inhalte, bei denen Bilder, Videos von Influencern herhalten müssen, damit sich irgendwelche random Leute darauf aufgeilen. Besonders auffällig war es vor allem, dass ich bei meiner Recherche wirklich nur junge Frauen beziehungsweise sogar Mädchen gesehen habe, bei denen dieser Content so extrem visualisiert wurde. Also, man muss immer dazu sagen, die Bilder, die sie hier in dem Video zeigt, ich war ja selber mal auf diesem Forum, weil mir das jemand irgendwann mal geschickt hatte oder subreddit und es war, also, die Bilder, die sie da zeigen, sind legit harmlos dagegen. Wir hatten das dann auch eben an HateAid gemeldet in dem Zug und das hat dann, ich weiß nicht, das hat sehr, sehr lange gedauert, aber wir haben, also, davor, bevor wir quasi wirklich was erreichen konnten, hatte, ähm, hatte, ähm, Gnu jetzt hier eben dieses Video hier veröffentlicht und das ist halt, es ist krass, also, was da, was da abgeht, das sind wirklich die harmlosen Teile, die sie hier zeigen, also nicht, dass ihr denkt, hey, da werden einfach, ähm, Influencerinnen in, äh, knappen Outfits gezeigt, das ist schon schlimm genug, da werden halt auch noch ganz andere Sachen gezeigt, sei es, dass User auf diese Bilder gekommen sind und diese Bilder dann hochgeladen haben, oder sogar Leute, die Deepfake-Shows von Influencern verbreiten und kommerzialisieren wollen, damit ihr aber so ein bisschen Einblicke bekommt, zeige ich euch gleich Nachrichten und auch Inhalte von diesen anonymen Reddit-Usern und anschließend werde ich dazu kommen, diese Leute mit Hilfe von der Hektivistin Ähm, genau, das ist eigentlich ein spannender Teil hier, ähm, unsere Bildungsbehörde, wir machen eine anonyme Umfrage, die erste Frage, wie alt bist du, aus welcher Schule kommst du, mit welchen Buchstaben fängt dein Vornamen an und wie heißen deine Eltern, so kann man sich das wirklich vorstellen, ähm, das sind immer diese anonymen Umfragen, wo man dann halt am Ende trotzdem rausfinden kann, wer eigentlich, ähm, wer eigentlich dann doch dahinter steckt, also ich meine, erstmal kann man diese ganzen Daten natürlich anonymisiert sammeln, das, das funktioniert wunderbar, klar, aber man kann sie auch einfach nur da raus, aus den Informationen, die man hat, wieder zurückführen, wer eigentlich dahinter steckt, also wenn ich zum Beispiel jetzt hergehe und ich hab vielleicht 50 Teilnehmer in meiner, in meiner Studie und ich weiß, dass einer irgendwie mit im Alter von 18 Jahren aus einem Kaff mit 20 Einwohnern kommt, so dann kann ich relativ sicher schon sagen, wer das ist, das ist brutal und genau das macht Open Source Intelligence, nur dass halt mehr Informationen verknüpft werden und dadurch relativ schnell zu solchen, ähm, zu solchen Informationen gekommen wird. Bei uns und unserem Bundesland ist es tatsächlich eine echte Sache gewesen, also das mit, was du gerade gefragt hast, wie heißen deine Eltern? Das ist ja furchtbar. Ha! Okay, ich dachte, das wäre tatsächlich Fake gewesen, was du da geschrieben hast. Oha! Anonyme Umfrage, wie heißen deine Eltern? Jetzt hat er ja schon relativ viele Sachen gesagt, die da tatsächlich gepostet wurden und da muss man sich dann halt fragen, macht man sich da nicht durchaus auch strafbar? Und die Antwort ist eigentlich, ja, eigentlich schon, aber machen dann eben Behörden zum Beispiel nichts dagegen? Naja, weil Behörden häufig Open Source Intelligence gar nicht mal als wirklichen Beweis ansehen und das ist das große Problem. Es gibt keine Abfrage, wer mitgemacht hat und wer nicht, könnte das mit einem Bot fluten. Ach, Gott, auch noch. Also, das ist halt genau das. Wenn jetzt Leute über Open Source Intelligence quasi identifiziert werden, dann gilt das oftmals noch nicht als rechtlicher Beweis. Man weiß, wer dahinter steht, aber man kann die Leute halt meistens nicht deswegen irgendwie drankriegen und das macht es halt noch ein bisschen schwieriger. Schauen wir uns einfach mal kurz weiter an. Mehr oder weniger zu exposen. Beginnen wir zuerst bei einem User namens Granatapfelgerd. Er veröffentlichte Bilder von Influencern in mehreren Gruppen, um sich dann mit der Masse auf diese Bilder aufzugeilen. Da wurde dann beispielsweise Folgendes geschrieben. Ich frage mich, ob dieser noch jungfräulich ist. Anschließend wurde weiterhin primitiv darüber geschrieben und das hat er nicht das erste Mal getan, sondern öfter. Das gleiche macht er unter anderem auch bei den Streamerinnen Reefed und auch Annie the Duck und das immer und immer wieder. Als ich ihn dann privat kontaktierte um einfach herauszufinden wer so dahinter steckt schrieb er mir dass er 25 Jahre alt sei das So, Moment. Das werde ich jetzt ganz gesessen. Um einfach herauszufinden wer so dahinter steckt schrieb er mir So, machen wir hier weg. Wenn ich da beide mal so sagen Schluss 18 erst bis 10 von 10 die wahrscheinlich brutal Aha Ach warum bin 25 So, allein so klingt wie eine schlechte Beleidigung Ja, schon Also allein solches also das ist ja im Endeffekt Social Engineering Man bringt Leute dazu Informationen über sich preiszugeben die sie eigentlich nicht preisgeben wollen theoretisch in dem Fall besträuben sie sich nicht mal dass sie diese Informationen preisgeben weil sie irgendwie denken dass es halt nicht wichtig ist was für Informationen sie preisgeben Ja Also das Alter haben wir schon mal Vor allem Philosophie Das ist schon ein bisschen abgefuckt Der unterrichtet dann am Ende wahrscheinlich Sport und Ethik Das ist schon hart Das ist aber alles bei angemeldeten Usern Geht das auch wenn man als Anon auf einem Imageboard was postet Naja Also wenn du als Anon auf einem Imageboard was postest ich schreibe dich privat an und du sagst mir dann am Ende dein Alter und wo du studierst und was du studierst dann lässt sich das schon auch einschränken wer du bist und wenn er halt Granatapfel Gerd heißt kann man zumindest mal davon ausgehen dass er irgendwas mit einem Gerd oder mit Granatäpfeln zu tun hat oder dass irgendjemand diesen Username auch kennt das heißt man fährt dann also jetzt als Hacker würde man dann tatsächlich wenn man diese Person angreifen möchte würde man halt diese Information nehmen dann zu der Uni fahren und dort einfach mal nach einem Granatapfel Gerd rumfragen und dann wird schon einer irgendwie sagen ja das ist der Gerd dahin so gell da kann man kann man ja mal mit dem Takt schwätzen so ne veröffentlicht dann noch diese Inhalte und möchte wirklich diesen Beruf ausüben das ist wirklich unfassbar krank und es macht mich enorm fassungslos als ich schneller um Hilfe bat um etwas über diese Person herauszubekommen teiltest du mir dann seinen Facebook und auch Telegram Account ja habt ihr es gerade gesehen das war nur ganz kurz da leider das ist Facebook das ist halt komplett zensiert aber Achtung und hier bei Telegram heißt er halt auch Ad Granatapfel Gerd so ist halt nicht so kompliziert dann auf diese Usernamen zu kommen und das ist halt so das erste was man was man machen würde ähm man nimmt sich diesen Usernamen und schaut mal ob der irgendwo anders noch dabei ist und dann hat man ja schon wahnsinnig viel und wenn euch jetzt jemand anschreibt auf Telegram und sagt hey ich hab gesehen dass du auf Reddit irgendwie Fotos von bla 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 postest schick mir doch mal bitte ein paar zu ja dann kann man so in Kontakt kommen kann vielleicht da ein bisschen mehr rausfinden über diese Person und irgendwann sagt man ey lass mal treffen vorbei und wenn er jetzt Pech hat dann wird genau dieser Fall zur Anzeige gebracht und er wird eventuell im schlimmsten Fall sein Studium los ähnliche Aktivitäten konnte ich auch bei dem User Wurstbaum89 feststellen Alter diesen Namen so 89 erster Gedanke wahrscheinlich das Alter ja da wissen wir schon mal ungefähr in welchem welchem Spektrum wir uns befinden so und jetzt hier mal ganz kurz eine Anekdote meinerseits ähm wir haben im Studium ich glaub das war sogar im ersten Semester noch oder im zweiten ähm haben wir wahnsinnig viel League of Legends gespielt danach auch noch aber ich beziehe mich jetzt gerade auf einen sehr sehr speziellen Fall ähm wir haben mit ähm mit ein paar Menschen gespielt und wir hatten natürlich Gegner so das kennt man und die waren ein bisschen ausfallend ja die haben sich nicht so unter Kontrolle gehabt vor allem einer der uns dann irgendwann Ebola gewünscht hat und AIDS und dass unsere Mutter doch bitte an Ebola und AIDS sterben soll und so weiter und all diese Dinge ähm haben uns dann irgendwann so sehr genervt dass dass mein Kollege damals hat den dann äh hinzugefügt also bei League of Legends ist das jetzt nicht unbedingt unüblich sag ich mal zumindest früher war das nicht unbedingt unüblich mittlerweile ich spiele wenn ich spiele immer mit deaktivierten Chat damit ich solche Leute nicht lesen muss ähm aber genau was man jetzt da tatsächlich machen konnte war also er hat ihn dann hinzugefügt als als Freund ja damit er noch weiter mit ihm schreiben kann und wir haben einfach mal ein bisschen gesucht er hatte eine 2 am Ende von seinem Namen stehen die 2 haben wir einfach mal weggemacht und haben nach seinem Username gesucht sein Username hat uns dann sein Facebook-Profil gegeben dadurch hatte er hatten wir seinen realen Namen wir hatten ungefähr seinen Wohnort weil er hatte bei Facebook damals hat man noch Facebook benutzt ja ich weiß ich bin alt ähm er hatte bei Facebook eingetragen dass er in einem E-Sport-Team League of Legends spielt wahrscheinlich ist das dann schon derselbe ähm und zwar in einem E-Sport-Team irgendwo in Spanien ich sag euch jetzt nicht genau welches Dorf das war das heißt wir hatten schon mal seinen ungefähr Standort einen relativ genauen Standort wir konnten es einschränken auf eine Kleinstadt mit so 15.000 Einwohnern oder sowas waren das glaube ich und ähm konnten dadurch relativ viel schon rausfinden dann haben wir noch da drüber ähm so ein ich glaub war das sein Schüler VZ-Profil irgendwie sowas hatten wir auch noch gefunden dadurch konnten wir sein Alter rausfinden und seinen Geburtstag rausfinden einfach eine Person die uns random auf League of Legends beleidigt hat die nur einen Username hatte ne und wir haben ihm das dann alles gegeben so und haben gemeint hey sagst du mal pass da auf wen du beleidigst und bist ein bisschen netter im Chat so ähm hör mal auf so ein Arschloch zu sein so auf gut Deutsch ne ähm wir wissen dass du da wohnst wir wissen dass du in dem Team spielst wir wissen dass du mit diesen Leuten in einem Team spielst wir wissen alles über dich hör auf damit sonst kommen wir vorbei oder du kriegst eine Strafanzeige und der hatte dann richtig richtig Schiss hat gemeint wir haben ihn gehackt und sowas dabei haben wir einfach nur wirklich über das Internet recherchiert und diese ganzen Informationen sind schon so viel dass man äh sehr sehr viele Details über eine Person rausfinden kann im Zweifelsverhalt auch seinen echten Namen ähm und das genau das ist halt mit jedem eigentlich möglich ähm überlegt euch genau richtig Discord GitHub Minecraft so mit allein GitHub weiß ich schon so viel über dich weil ich weiß was du für Projekte machst so ähm und wenn man dann sogar noch LinkedIn rausfindet dann weiß man auch wo du gearbeitet hast also mittlerweile ist ja nur noch mehr geworden ähm allein diese Informationshappen ja was jemand beruflich macht genau in dem Fall hast du vielleicht kein LinkedIn aber was jemand beruflich macht was jemand insgesamt gemacht hat und du kannst tatsächlich einfach mal von dir selber nach dir selber OSINT betreiben du kannst einfach mal nach deinem Namen suchen nach deinen Nicknamen suchen nach irgendwelchen Daten von dir und kannst mal schauen was du über dich selber findest ähm und dann mal zusammenschreiben wirklich das ist ja einfach immer unterschiedliche Usernamen haben ja klar aber ist halt also man findet nicht immer alles absolut nicht aber wenn man dann noch diesen Trick eben angeht und aktives Social Engineering ähm betreibt also wirklich die Person dann auf zum Beispiel Telegram auch anschreibt oder wenn man eine Handynummer findet weil manche Leute geben auch eine Handynummer an die Person dann auch wirklich auf WhatsApp anschreibt und dann vielleicht sogar ähm ne mit der interagiert ey da da kommen wirklich viele Informationen daraus und so funktioniert im Endeffekt Social Engineering Angriffe und sowas machen auch im Endeffekt Hacker um dann Firmen wie jetzt ähm Kaseya oder kennt nicht viele ähm Mediamarkt zum Beispiel zu hacken dass das genau so passiert im Endeffekt das heißt man man Social Engine einen Mitarbeiter man weiß zum Beispiel einen Mitarbeiter okay der arbeitet bei Mediamarkt gut schaue ich mal nach anderen Handles und dann spiele ich zufällig also da macht man es quasi andersrum ich weiß wo er arbeitet dadurch kriege ich vielleicht sein LinkedIn dadurch kriege ich vielleicht noch andere Informationen finde raus wo er zockt dann komme ich da drauf wieder auf seinen ähm auf seinen seine Gaming Accounts fügt den hinzu und sagt hey lass mal eine Runde zocken oder sowas wurde es mir von einem Freund empfohlen blablabla und dadurch kommt man ins Gespräch mit dem und irgendwann hat man den so weit dass man mit dem eben ähm so ne tiefer drin ist dann kann man dem Virus schicken und schon ist man beim Mediamarkt weil der verbreitet sich ja dann so funktionieren Social ähm Social Engineering Angriffe und das ist das gefährliche dabei deswegen also ich meine in dem Fall ist ja was Gutes dabei rausgekommen ja ähm aber man muss immer diese Gefahr halt auch im Kopf behalten dass der Mensch einfach immer eine eine Sicherheitslücke darstellt und ähm allein die Informationen die wir halt auf Social Media teilen oder halt überall teilen ich meine ich bin das beste Beispiel ja ähm von mir findet man wahrscheinlich das Allermeiste auf Social Media ähm und deswegen nehme ich einfach Freundes Requests fast nicht mehr an das tut mir übrigens leid an der Stelle ich meine die Leute die ich angenommen habe die können nachvollziehen welches Game ich wann gezockt habe auf Steam zum Beispiel ja ähm und das ist halt schon dann irgendwann auch ne Art von Öffentlichkeit deswegen immer immer vorsichtig sein wem man da vertraut und wer wer da auch vielleicht reinkommt ich meine bei bei Influencern ist es halt ganz ganz heftig da kommt dann irgendein Sponsoring Partner die kannst du noch nicht vorher kennen wir haben einen Sponsoring Partner der ist tatsächlich echt übrigens sogar ähm die haben uns damals über Gmail angeschrieben also über ein Gmail Account angeschrieben die haben nicht eine eigene Firmenmail benutzt und ich hab die fünfmal einfach straight up in Mülleimer geworfen und irgendwann kam halt mein Management und hat gesagt ey die haben angefragt äh das ist schon echt ne wir arbeiten mit denen schon länger zusammen ähm sag mal hast du die hast du die weggeschmissen hast du die ignoriert was ist da passiert da hab ich gemeint ja das war eine Gmail Adresse natürlich schmeiß ich die weg da kommt immer nur Spam so hm hm ja schwierig also bei mir ist es halt so die Domains die für mich ausschlaggebend sind wenn mir jemand von irgendwie sowas genau wer macht sowas mit einem Gmail Account ich weiß es ich super unseriös naja ähm die Firma an sich ist cool und dadurch dass wir die jetzt auch kennen wissen wir auch dass es echt ist und es war was wo ich quasi Hardware bekomme ich will jetzt nicht sagen wer es war aber es war was wo ich wirklich Hardware bekommen hab ähm und dementsprechend konnten wir dann im Endeffekt sagen okay das ist schon die echte Firma die können wir auch so bewerben ähm und die sind auch cool das war schon erstmal so hä also ich meine selbst wenn ich irgendwen anschreibe den ich halt nicht kenne nutze ich immer entweder Social Media wo man halt sieht dass ich The Morpheus bin oder nutze dann halt meine meine E-Mail aus aus halt meinem eigenen Account ja gut ähm das als kleiner Exkurs zu Social Engineering hier an der Stelle ich bin tatsächlich auch noch dran an einem Kurs zu OSN für die Academy beziehungsweise für YouTube und äh dann natürlich auch noch an einem Kurs für Social Engineering wobei ich halt selber also da ist halt Psychologie eher relevant und ich bin halt kein Psychologe ähm aber genau das ist auf jeden Fall also ich hab einige sehr sehr mächtige Quellen Wurstbaum89 denkt zwar er sei anonym weil er dort kein Bild auf Reddit hat oder weil er sich einfach Wurstbaum nennt jedoch hat er zufälligerweise einen gleichnamigen Account auf Twitter bei denen er unter anderem und übrigens bei Twitter kann man sehen wem man folgt und wer einem folgt so dadurch weiß ich welche Accounts mit euch verknüpft sind das ist so mächtig ähm man kann bei Twitter super einfach die politische Gesinnung von einem Account zum Beispiel rausfinden ähm also zum Beispiel wenn ich einfach die Tweets analysiere die man geretweetet hat oder die man geliked hat und Likes sieht man ja auch kann man sehen was für eine Gesinnung derjenige hat ähm also bei mir wäre es ja man sieht quasi alles das ist so ein mächtiges Tool äh deswegen das ist so ein bisschen schwierig um Informationen über sich preisgab an der Stelle wirklich schon mal viel Spaß mit den Konsequenzen und Leute glaubt nicht dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist bei dem man anonym alles tun und lassen kann was man möchte es ist einfach nur ekelhaft und widerlich und genau solche Sachen gehören gezielt angezeigt was ebenfalls super schockierend war sind Bilder zur Streamerin Phoebe die gerade einmal 16 Jahre alt geworden ist dieses Jahr ich möchte jetzt auch gar nicht allzu persönlich auf sie eingehen weil das ein sehr sensibles Thema ist jedoch zeigt auch dieser Fall nochmal eine besondere Relevanz so gibt es nämlich nicht nur bei Reddit sondern auch bei Telegram Gruppen bei denen sie schon mit 14 bis 15 Jahren komplett sexualisiert wurde dort wurden dann das ist halt echt krass also mittlerweile ist Telegram ein richtiges Social Network geworden ähm gerade auch mit den ganzen Accounts und sowas das ist komplett unter dem Radar von vielen aber über Telegram kann man also wenn ich weiß in welchen Telegram Gruppen du bist dann kann ich sehr viel über dich sagen oder ich weiß halt dass du Leute stalkst es ist halt ähnlich eigentlich wie ähm wie jetzt zum Beispiel Twitter oder so mittlerweile also viele haben auch Telegram irgendwie ich weiß nicht es ist in in paar Sphären ist das sehr verbreitet ähm ich benutze es halt einfach nur um mit Menschen zu schreiben ich hatte Telegram tatsächlich als Alternative zu WhatsApp damals ähm dann wurde ich irgendwann zu WhatsApp genötigt weil man mit Businessmenschen häufig nicht diskutieren kann auf welcher Plattform man schreibt und dann hat sich Telegram in eine ganz weirde Richtung entwickelt und seither benutze ich es nur noch sehr widerfällig muss ich sagen unter anderem Fake-Bilder mit ihrem Gesicht veröffentlicht und so getan als würde sie das nackt sein außerdem galten sich die Personen in dieser Gruppe untereinander extrem auf und teilten auch Videos bei denen sie sich bei Streamerinnen einen runterholten wie beispielsweise auch der User Ralle666 und sei es jetzt Reddit oder Telegram es ist vollkommen egal wo ihr seid man kann alles über euch herausbekommen so wurde nämlich ersichtlich dass Ralle666 in echt Ralf heißt er ist von Beruf also Freifäch ist nicht gekommen das ist ja krass meine erste Assoziation mit Telegram Andrew Tate ernsthaft der auch da ach Gott ja gut das Problem sind wir jetzt zum Glück bisschen los Webdesigner man weiß auch welche Seiten er unter anderem schon erstellte und wir haben auch herausgefunden wie seine E-Mail Adresse heißt weshalb man auch so viele weitere Details über ihn herausfinden konnte und dann kannst du richtig viel machen also wenn du die E-Mail Adresse hast kannst du halt bei sehr vielen Websites nachgucken ob derjenige registriert ist und oh boy gibt es da witzige Websites wenn zum Beispiel ähm ich glaube der E-Mail Account von Donald Trump war irgendwann auf einer Porno Webseite registriert das war ziemlich lustig sogar also halt ne registriert heißt in dem Fall dann immer verifiziert registriert das ist jetzt eventuell Fake News ich bin mir nicht ganz sicher das ist aus meinem Gedächtnis es kann sein dass das nicht stimmt bitte prüf das Faktencheck das nochmal ganz kurz nebenbei aber ich meine sowas im Kopf zu haben ähm und Mail ist halt so wichtig wenn du wenn du weißt wo ein User registriert ist dann kannst du halt da auch spezielles Phishing schreiben das heißt ich könnte zum Beispiel jetzt hergehen und sagen hey äh diese E-Mail hier ist bei äh XY Hub registriert registriert ja ähm dann schreibe ich mal spezielles Phishing das wirklich genauso aussieht als wäre es so eine Webseite und dann hab ich hab ich halt wahrscheinlich dann noch Zugriff darauf ähm oder unter Umständen kriege ich dann Zugriff auf manche Webseiten und dann kann ich danach gucken welche äh kann ich das hier sagen auf Twitch oder da wird es gebannt welche ähm erwachsenen Filme sich diese Person angesehen hat und dadurch kann ich rausfinden was der für ein Fetisch hat und das ist das ist ein Argument oftmals ne also es ist Videos genau danke ähm also es ist äh E-Mail Adresse ist der Key für vieles ähm oft wird als registriert angezeigt auch wenn die Mail nicht verisiert ist das stimmt ähm das heißt man könnte einfach hergehen wenn man die E-Mail Adresse hat könnte man zum Beispiel den Donald Trump Account äh einfach äh fake registrieren und sagen hey wir melden ihn mal an hahaha wir sind so lustig äh das wird wahrscheinlich mit meiner Kontakt E-Mail Adresse auch passiert sein so helfen da zum Teil catch all E-Mail Adressen ähm ne ich würde also meine Kontakt E-Mail Adresse da kann man halt davon ausgehen dass sehr viele Menschen die schon irgendwo registriert haben so ja so what ähm deswegen da kann man also es gibt ja wirklich so Anbieter ähm die euch mehrere E-Mail Adressen oder wenn ihr einen eigenen Server habt mehrere E-Mail Adressen für eure eigene Domain eben ähm ermöglichen das heißt ihr könnt dann einfach eine E-Mail Adresse mit ähm hab äh shit das hab ich gesagt ne ads the-morpheus.de benutzen um euch halt dann dort zu registrieren oder äh youtube ad the-morpheus.de benutzen um euch dann dort zu registrieren so das würde schon funktionieren ähm und dann habt ihr nicht das Problem äh dass das es wirklich ist aber das macht halt der normale User macht das nicht und das ist halt genau der Punkt an dem man ähm an dem man ansetzt normale User geben nicht so viel auf Privacy wenn du wirklich dir Mühe gibst und das werden echte Kriminelle tun wenn die sich Mühe geben dann findet man die auch nicht also wenn ich in irgendwelchen Darknet-Foren unterwegs bin dann hab ich auch nicht The Morpheus oder Morpheus als meinen Username man geht einfach davon aus dass deren OPSEC deren ähm Anonymität die sie halt an den Tag legen und deren Security sehr viel niedriger ist als das was ihr halt an den Tag legt wenn ihr die halt kapern wollt und dadurch werden die überhaupt erst angreifbar ich glaube man kann hier sehr sehr stark sagen wenn jemand das drauf anlegt dann hat man keine Chance die möglich zu zu schnappen und das ist ja das ist halt das Ding ja Fake-ID ist super du kannst aber auch also meistens brauchst du ja nicht mehr angeben als den Username da generiere ich zum Beispiel wenn ich sowas brauche einfach wirklich ein Random String hier ich kann euch empfehlen random.org tada so äh allow selected lists and more passwords so und dann sagen wir hier ok generate 100 Passwörter mit einer Länge von 24 get passwords so diese Sachen hier sind auch wunderbare Benutzern Namen sollte man als Plattformbetreiber die Überprüfung ob ein Account für eine E-Mail existiert überhaupt zulassen ha nein sollte man nicht gut dass du fragst eigentlich nicht aber in den meisten Fällen kann man es rauslesen ähm und auch so bei bei Giganten wie äh Microsoft glaube ich zum Beispiel auch wenn man da sich zum Beispiel mit einer Mail einloggt dann wird man aufs nächste Fenster weitergeleitet wenn die Mail nicht existiert wirst du nicht weitergeleitet zumindest war das früher mal so ähm deswegen ja Funfact zu random.org die nutzen ich glaube Strahlung aus dem Internet um den Zufall zu generieren damit er wirklich nicht vorhersagbar ist also super geil das Teil aber man kann auch eine Lavalampe benutzen ich weiß nicht ob ihr die sehen könnt die ist äh der Seite da ich hatte da mal ein Video dazu gemacht wo ich quasi ein Bild von der Lavalampe nehme Lavalampen Lava Lampen sind unvorhersehbar deswegen sind sie so gute Zufallsdinger ein Palfen Tutorial das ist quasi Werbung Werbung für mich selber so genau im Grunde genommen habe ich noch super viele weitere Chats bei denen ich mit Usern geschrieben habe die auch ziemlich pervers unterwegs waren und da ging es mir einfach nur schlecht beim Schreiben es werden Fantasien geteilt Bilder unerlaubt weitergegeben und eine Person wollte sogar mit Fake-Videos von Phoebe Geld verdienen das waren by the way Deepfake-Videos ich musste mir den ganzen Scheiß angucken und ganz ehrlich das ist einfach nur traurig ganz ehrlich das ist übrigens auch noch so ein Thema wenn Polizisten sich diese ganzen Deepfakes und Sachen reinziehen müssen die machen das nicht lange mit die sind alle permanent in psychologischer Betreuung und schaffen es trotzdem einfach maximal ein paar Jahre diesen Job zu machen dann lassen die raus dann lassen die einfach gebrochen und ich fühle das so sehr ich würde den Job nicht machen wollen also oder Mods genau Mods sind genauso arm dran das unterschätzt man so was das für ein psychischer Bruch ist einfach oder Suizid-Hotline ja hatte ich irgendwie random irgendwann mit einem Kollegen drüber gesprochen ähm Jobs die sind einfach furchtbar zu der Zeit 15 Jahre alt war man wollte man wollte auch mit ihrem Gesicht noch Geld verdienen ich komme darauf einfach nicht klar sowas war aber kein Einzelfall es gibt wirklich unzählige Menschen die diese Maschen durchziehen und denken sie seien anonym und ich gebe jetzt hierbei nochmal eine ganz klare Warnung an alle raus alles was ihr im Internet von euch gebt wird im Internet bleiben egal wie sehr ihr versucht etwas zu vertuschen oder zu löschen ihr seid nicht anonym nur weil ihr euch nicht zeigt oder irgendeinen anderen Username angebt man findet in der heutigen Zeit wirklich nahezu alles von euch also ich meine das sollte nicht der Grund sein warum man sowas nicht macht um jetzt hier mal kurz Kevin zu unterbrechen grundsätzlich sollte man einfach den Anstand besitzen und nicht von einer Minderjährigen irgendwelche Deepfakes generieren die sexualisiert werden das ist denke ich mal normal dass man das nicht machen sollte aber es ist vielleicht auch noch ein Argument für manche dass man einfach auch geschnappt werden kann dabei Videos und andere Materialien und vor allem versetzt euch einfach mal in die Lage der Frauen und Mädchen die darunter dann leiden müssen dann würde man vielleicht auch wirklich mal merken wie schrecklich und grausam das Ganze ist und was das für Konsequenzen haben kann einfach nur abartig peinlich und ich muss einfach mal facepalmen das hat gut getan Jess Nero hatte übrigens auch ein sehr wichtiges Thema das er dazu beisteuern wollte allerdings haben sich die Leute die höchstwahrscheinlich etwas gegen das ganze unternehmen könnten ihn am Ende sitzen lassen und ihm kein Interview gegeben sehr sehr schade sehr enttäuschend das sagt er dazu ursprünglich wurde mir für meinen Part bei der Geschichte hier ein Interview versprochen allerdings wurde die Angelegenheit gewissen Verantwortlichen die de facto etwas hätten bewegen können diese Angelegenheit einfach zu heiß unpassendes Wording passend zum unpassenden Verhalten von Verantwortungsträgern bezüglich unpassendem widerlichen Verhalten mancher Reddit-Widerlinge ihr müsst immer bedenken es gibt viele Dinge das ist schon krass also ich meine dass sich halt auch wirklich die Leute die dann am Ende was bewegen können also ich meine wer kann was bewegen in diesem Fall das ist die Gesetzesgebung also die Leute die Gesetze machen sprich Politik das ist die Exekutive sprich Polizei die ihr euch oder die die Täter schnappen kann und es sind die Richter beziehungsweise Anwälte die dann vielleicht auch was dazu beitragen können und vielleicht noch die vierte Gewalt die Journalisten die dann darüber berichten was ja jetzt aber in dem Fall eigentlich genug macht sie hat da ja auch so eine Art vierte Gewalt sie berichtet darüber und ich meine das Video hat fast 500.000 Aufrufe so das ist das ist sehr sehr viel ähm dementsprechend ich gehe mal stark davon aus dass die vierte Gewalt nicht gemeint war dass halt also entweder ähm rechtlich oder sowas in die Richtung geht ne ja mittlerweile sind diese Seiten gelöscht worden aber auch hier kann ich euch nur raten nicht zu schnell löschen alles abfotografieren alles abfilmen und sofort zur Polizei und zum Anwalt zu gehen gerade wegen diesen Reddit Beiträgen und das ständige Sexualisieren jedes Körperteils von uns schränkt einige meine Kolleginnen und mich ein beziehungsweise fühlen wir uns eingeschränkt und ich weiß einige von euch werden sagen ihr solltet euch nicht eingeschüchtert fühlen aber wenn du beispielsweise bei einem Livestream Event dabei bist und du anschließend auf Reddit wieder Bilder von dir siehst bei dem wirklich jedes einzelne Körperteil sozialisiert wird und jede Mimik von dir dann macht das was mit dir einige von meinen Kollegen man überlegt sich dann halt irgendwie fünfmal ob man überhaupt solche Events machen kann beziehungsweise man kann halt auch bei einem Event nicht wirklich seinen Content so bringen wie man ihn eigentlich authentisch bringen würde also ich meine wenn ich jetzt irgendwie mir bei dem Event ja wir waren wir waren letztes Wochenende in Berlin und hatten dort eben ein Event wo es im Endeffekt um Blockchain ging Niklas war auch dabei und es war super spannend aber hätte ich die ganze Zeit im Hintergrund gehabt ey irgendwelche Stalker könnten am Ende von irgendwelchen Videos meinen Arsch sexualisieren dann fände ich das also ich meine ich persönlich habe damit keine Erfahrung ich weiß nicht mal wie es mir damit gehen würde ähm aber ich kann mir vorstellen dass wenn das mehrfach schon passiert ist dass du dann einfach brutal eingeschränkt bist in allem was du tust permanent wo du denkst nur noch an diese eine Sache und dann kannst du deinen kreativen Prozess dass du wirklich dich mal auch mit Leuten ich meine sie macht Unterhaltungscontent auch ja also nicht nur aber auch ähm wenn du unterhalten möchtest dann kannst du nicht die ganze Zeit so negative Grundgedanken haben deswegen es ist einfach furchtbar wenn man wenn man sich dann so eingeschränkt fühlt und ich finde es traurig dass manche Menschen meinen sie können einfach so dieses eingeschränkt oder dieses einschränken anderer Personen betreiben ja das ist furchtbar die Kolleginnen sagen sogar sie wissen dass diese Bilder von ihnen existieren und diese Videos aber es belastet sie so sehr dass sie es einfach nur wegignorieren da wir aber mit diesem Video definitiv ein Zeichen setzen wollen und auch dem Täter zeigen wollen hier ist die Grenze denn wie viele von euch denken ist das Internet ein rechtsfreier Raum und leider hat es manchmal den Anschein aber wenn eure Identität aufgedeckt ist Internet an der Stelle nochmal ganz kurz Internet ist kein rechtsfreier Raum es ist ein rechtsdurchsetzungsfreier Raum habe ich irgendwie mal sagen können ich weiß nicht ob das in dem Video drin war und das fand ich sehr sehr spannend aufgedeckt ist dann seid ihr eben nicht mehr anonym und man kann euch auch für Dinge rechtlich belangen auch euch als Community bitte ich wenn ihr solche Reddit Foren führt und die nett meint und nur Bilder postet und ihr seht Leute posten dort Schweinskrams meldet diese Menschen und haltet euer Reddit Forum clean außerdem solltet ihr wenn ihr auf solche Dinge stößt sie bitte melden oder an die Managements oder die Creator selbst schicken außerdem möchte ich euch auch bitten jetzt nicht danach zu suchen gerade auch wenn ihr jünger seid überlasst das einfach mal der lieben Nella die regelt das schon ich möchte noch die regelt das trust me allen die mich bei diesem Video unterstützt haben ganz ganz herzlich bedanken ich habe mich nicht getraut dieses Video selbst zu machen deswegen vielen vielen Dank für eure Unterstützung und für euren Zuspruch und eure netten Worte es hat mich wirklich sehr aufgebaut und ich wollte nochmal auf dieses Thema aufmerksam machen da ich oft das Gefühl habe dass es mittlerweile zu viele gibt die einfach kapitulieren und sagen ach nehm ich hin ich kann eh nichts ändern doch wir können was ändern wir können immer wieder die Leute melden wir können die bannen wir können sie anzeigen geht zum Anwalt macht was dagegen lasst euch das nicht gefallen oder schreibt einfach Nella ich bin gespannt auf eure Meinung über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen über ein Abo auch schaut bitte bei allen anderen vorbei bei einem Parabelritter bei einer Alice ich glaube den Rest dürfte klar sein was passiert ist es ist ein krasses Thema ich danke euch dass ihr dabei wart das ist das Video hier auf das wir reaktet haben und ich danke euch dass ihr alle dabei wart wir hören uns beim nächsten Mal wieder bis bald und ja ich wünsche euch ganz viel Spaß ciao und danke danke Danke.